Willkommen zu diesem Video, das ist die Fortsetzung des Videos zum Vorgangspassiv. Ich bespreche jetzt das sogenannte Dativpassiv, Rezipientenpassiv oder auch Bekommenpassiv auf Basis dessen, was ich bereits zum Vorgangspassiv gesagt habe. Ich erwähne wie immer ganz kurz, dass ich Ihnen hier keine ausführlichen theoretischen Argumentationen liefere, sondern nur Hinweise für die praktische Analyse von gegebenem Material. Die theoretischen Hintergründe finden Sie in meiner Open Access Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Den Link zum kostenlosen Download finden Sie in der Beschreibung des Videos. Wir beginnen mit einem Satz, den man problemlos ins Dativpassiv setzen kann. Hier haben wir den Satz, man bietet den Gästen Kaffee an. Und als erstes würde ich Sie bitten, die Nominalfrasen und sonstigen Ergänzungen und Angaben in diesem Satz zu finden und für die eine Formbestimmung zu machen im Sinne von, was haben die für einen Kasus oder sind das Präpositionalphrasen und so weiter. Da kommt dann das hier raus. Wir haben das Verb anbieten und dann haben wir man als Nominativ, den Gästen als Dativ, Plural und Kaffee als Akkusativ. Bei anbieten ist es jetzt tatsächlich so, dass es diese drei Ergänzungen, diese drei Arten von Ergänzungen auf seiner Valenzliste hat, also Nominativ, ein Dativ und ein Akkusativ. Wie bilden wir jetzt das Dativpassiv? Und Sie werden sofort sehen, es gibt da Parallelen zum Vorgangspassiv. Wir eliminieren das Subjekt. Auch hier ist es so, dass das wieder auftauchen kann im Passivsatz. Wir machen das aber wie bei den Vorgangspassiven, wir halten uns an den Standardfall, wo es einfach verschwindet. Und anders als beim Vorgangspassiv, wo ja der Akkusativ zum Nominativ wird, wird beim Dativpassiv der Dativ zum Nominativ. Und der Akkusativ sowie alle weiteren Ergänzungen und Angaben, wenn da zum Beispiel Präpositionalphrasen sind, bleiben völlig unberührt. Als Hilfsverb wird dann schließlich bekommen und nicht werden verwendet. Und was kommt dann da raus? Der Nominativ zu den Gästen ist die Gäste. Und jetzt brauchen wir das Hilfsverb bekommen. Der Akkusativ bleibt, wie er ist. Und vom Verb brauchen wir wie beim Vorgangspassiv das Partizip. Ich hoffe, Sie sehen die Parallelen zum Vorgangspassiv. Der Nominativ wird gestrichen, statt des Akkusativs, der, wenn er vorhanden ist, beim Vorgangspassiv zum Nominativ wird, also zum Subjekt des Passivs, machen wir das gleiche mit dem Dativ. Ich habe hier absichtlich dieses unpersönliche Pronomen Mann genommen, weil wir das hier gar nicht wieder aufnehmen könnten. Also in anderen Fällen, wenn hier zum Beispiel ist, der Gastwirt bietet den Gästen Kaffee an, dann kann man ja sagen, die Gäste bekommen vom Gastwirt Kaffee angeboten. Hier geht das nicht, weil das mit diesem Pronomen prinzipiell nicht geht. Sie erinnern sich vielleicht, dass dieser Nominativ hier beim Vorgangspassiv besondere Eigenschaften haben musste, der musste ein Agens bezeichnen. Die Rollensemantik des Verbs musste so sein, dass das ein handelndes Individuum ist. Wir überprüfen jetzt einmal, ob das hier auch so ist, durch einen anderen Satz. Wir schauen uns jetzt an, ob dieser Satz hier, der auch ein Dativ enthält, im Dativpassiv passivierbar ist. Finden Sie dazu erstmal wieder alle Ergänzungen und Angaben des Verbs entspricht und klassifizieren Sie sie nach Form und Kasus, wenn zutreffend. Wir erhalten das hier. Entsprechen ist ein Verb, das hat auf seiner Valenzliste zwei Elemente und regiert ein Nominativ und ein Dativ. Wenn wir jetzt schauen wollen, ob wir das ins Dativpassiv setzen können, dann gehen wir wieder nach Plan vor. Das heißt, wir eliminieren den Nominativ, wir machen aus dem Dativ ein Nominativ, das wird also das neue Subjekt im Passiv. Wir verwenden das Hilfsverb bekommen und das Partizip von entsprechen. Da kommt dann also was raus. Der Nominativ zu dem Fehler wäre der Fehler. Jetzt brauchen wir das Hilfsverb. Der Nominativ fällt ja weg. Und dann das Partizip von entsprechen. Der Fehler bekommt entsprochen. Klingt erstmal nicht so gut. Jetzt könnten wir noch versuchen, das zu retten. Es könnte ja in dem Fall Beschränkungen geben, dass wir hiermit trotzdem was machen müssen. Wir könnten überlegen, ob wir das hier als Übersetzung des Nominativs, des Aktivs hinzufügen müssen. Der Fehler bekommt von dem Signal entsprochen. Da bleibt dieser Stern hier auf jeden Fall stehen. Das funktioniert auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich alles richtig gemacht. Wir sind der Anleitung gefolgt, wie man ein Dativpassiv erstellt. Der Satz, egal ob mit dieser von Präpositionalphrase oder ohne, ist aber nicht grammatisch. Und jetzt können wir hier ein bisschen abkürzen und sagen, das Signal entspricht dem Fehler. Tut das Signal das willentlich, absichtlich, handelnd, nein. Dieser Nominativ hier ist also nicht agentivisch. Das liegt an dem Sprechen. Das ist bei diesem Verb eigentlich nie so. Bei dem Verb, was wir vorher hatten, das war anbieten. Das tut man willentlich, absichtlich, handelnd. Da ging das Dativpassiv. Hier geht es nicht. Die Generalisierung ist dieselbe wie beim Vorgangspassiv. Sie brauchen einen agentivischen Nominativ. Sonst können Sie das Dativpassiv nicht bilden. Damit haben wir das Wesentliche am Dativpassiv eigentlich schon erledigt. Ich zeige Ihnen jetzt noch Kleinigkeiten, die damit in Zusammenhang stehen, die aber auch nicht unwichtig sind, gerade was die Klassifikation von verschiedenen Dativen angeht. Und als erstes nehmen wir hier mal den Satz, heute erkläre ich das Passiv. Erklären ist durchaus ein Verb, wo sehr häufig der Dativ kommt. Heute erkläre ich Ihnen das Passiv zum Beispiel. Das wäre ja eine Möglichkeit. Der Dativ muss aber nicht stehen. Hier steht er nicht und wir wissen, dass es bei dem Vorgangspassiv das sogenannte unpersönliche Passiv gibt, wo, wenn kein Akkusativ im Aktiv da ist, wir ein unpersönliches Passiv haben und einen Satz bekommen, der im Passiv steht und kein Subjekt hat. Heute wird geschwommen. Die Frage ist, ob das hier auch geht. Wir haben hier ein Nominativ. Wir haben hier ein Akkusativ. Und hier eine Adverbialphrase. Das sind die Ergänzungen und Angaben zu erklären in diesem Satz. Wenn wir der Anleitung für das Dativ-Passiv folgen, entfällt dieser Nominativ. Und mit den beiden hier passiert nichts. Wir brauchen das Bekommen, Hilfsverb und das Partizip. Na, was kommt dann da raus? Heute bekommt das Passiv erklärt. Heute und das Passiv bleiben unverändert. Der Nominativ fällt weg. Ein Dativ hatten wir nicht in dem Satz, deswegen haben wir hier kein Subjekt. Im Gegensatz zu heute wird geschwommen, ist das aber kein grammatischer Satz. Das heißt, eine wichtige Zusatzbedingung beim Dativ-Passiv ist, dass ein Dativ da sein muss. Anders als beim Vorgangspassiv, wo der Akkusativ durchaus fehlen kann und dann hat der Passiv-Satz halt kein Subjekt, kein Nominativ, geht das hier nicht. Das heißt, ein Dativ muss auf jeden Fall vorhanden sein. Es geht jetzt sogar noch ein bisschen weiter. Wir haben den Satz, ich entnehme den IC, dem Behälter. Wenn wir hier wieder zuerst die Ergänzungen und Angaben analysieren und dann versuchen, diesen Satz nach der Anleitung in das Dativ-Passiv zu setzen, dann kommt was raus. Halten Sie das Video an und führen Sie einmal den ganzen Vorgang durch. Ich ist ein Nominativ, den IC ein Akkusativ, dem Behälter ist der Dativ, der Dativ wird zum Subjekt des Passivs, der Nominativ entfällt, den IC, der Akkusativ bleibt gleich, wir haben das Hilfsverb bekommen und das Partizip vom Verb entnehmen ist entnommen. Außerdem habe ich schon mal hier festgestellt, dass jemand, der etwas einem Behälter entnimmt, das willentlich handelnd tut. Wir haben ein Dativ, wir haben einen agentivischen Nominativ, das müsste doch eigentlich funktionieren. Das Dativ-Passiv ist aber trotzdem ungrammatisch. Und das hängt damit zusammen, dass dieser Dativ hier nicht einfach nur vorhanden sein muss, sondern der muss auch eine bestimmte Art von semantischer Rolle kodieren. Der Dativ muss tendenziell schon eine Benefizienten- oder Rezipienten-Rolle kodieren, also jemanden oder etwas, das profitiert von dem Ereignis oder etwas empfängt im Rahmen dieses Ereignis. Ich zeige Ihnen jetzt noch zwei Dinge, die Sie beachten müssen beim Dativ-Passiv und bei Dativen überhaupt. Ich backe euch Kekse und ich bitte Sie wieder, die Ergänzungen und Angaben zu bestimmen und dann zu schauen, ob man diesen Satz ins Dativ-Passiv setzen kann. Der agentivische Nominativ ich wird gestrichen, der Dativ wird zum Nominativ ihr die Kekse, der Akkusativ bleibt wie er ist und wir haben das passende Hilfsverb und die passende Verbform ihr bekommt Kekse gebacken, ist einwandfrei. Warum erwähne ich das überhaupt? Das erwähne ich deshalb, weil Backen ja nun normalerweise in seiner lexikalischen Valenz keine Stelle eröffnet für ein Dativ. Von diesem Dativ wird ja hier der Benefizient kodiert, also diejenige Entität, die von dem Keksebacken profitiert und die die Kekse dann erhält. Aber das ist nichts, was in der Semantik von Backen in irgendeiner Form kodiert wird. Man kann sehr wohl etwas backen, ohne das jemandem zu tun. Diese Art von Dativ wird manchmal auch zu den freien Dativen gerechnet. Das ist eine etwas schwierige Bezeichnung. Der Punkt ist, dass man diese Art von Dativ, diesen Benefizienten-Dativ, eigentlich zu fast allen Verben hinzufügen kann, die lexikalisch keinen Dativ haben. Das ist also sozusagen eine Möglichkeit, wie man sagt, die Valenz zu erweitern. Die Valenz von Verben, die sonst keinen Dativ haben, kann man um ein Dativ mit einer ganz spezifischen Rolle erweitern. Und das ist aber auch genau die Rolle, die wir brauchen, damit das Dativ-Passiv bildbar ist. Das können nicht so wirklich Angaben sein. Das müssen irgendwie Ergänzungen sein, die dem Verb hinzugefügt werden, obwohl es Backen in dem Fall normalerweise keinen Dativ hat. Und dann kann man diese Valenzänderung auch mit denen durchführen und bekommt einwandfreie Dativ-Passive. Das geht sogar besonders gut, weil das halt immer eine Benefizienten-Rolle ist. Dieser Dativ, dieser Benefizienten-Dativ, kodiert immer eine Benefizienten-Rolle und das ist ja genau die Rolle, die wir brauchen, damit das Dativ-Passiv einwandfrei funktioniert. Und jetzt zeige ich Ihnen noch einen Dativ, mit dem das nicht funktioniert und dann sind wir auch fertig. Im Porsche fahre ich meiner Mutter zu riskant. Hier würde ich Sie auch wieder bitten, die komplette Analyse wie vorhin durchzuführen und zu schauen, was dabei rauskommt. Der agentivische Nominativ fällt weg. Er ist aber agentivisch, dass ich fahre, tue ich willentlich handelnd. Hier haben wir den Dativ meiner Mutter. Der würde zum Nominativ im Passiv. Im Porsche und zu riskant würden gleich bleiben. Ich habe hier im Porsche abgekürzt aus Platzgründen und zu riskant, da wissen wir gar nicht so genau, was das für eine Art von Phrase ist, weil das auch in meinem Buch so noch in der dritten Auflage nicht besprochen wird. Das lasse ich einfach mal offen. Und wir haben das Hilfsverb für das Dativ-Passiv und das Partizip. Geht der Satz? Meine Mutter bekommt im Porsche zu schnell gefahren. Der geht nicht. Und jetzt ist es ja auch so, dass dieser Dativ genauso wie bei dem letzten Beispiel nicht zum lexikalischen Valenzrahmen von Fahren gehört. Sie sehen wahrscheinlich, dass in einer Fahrensituation so ein Mitspieler, wie von diesem Dativ hier kodiert, nicht konzeptuell dabei ist. Die Frage ist halt, was ist das hier für ein Dativ? Das ist der sogenannte Bewertungsdativ. Der drückt aus, dass irgendjemand, in dem Fall hier, meine Mutter, das Ereignis, was da sonst noch beschrieben wird, bewertet. Und das ist tatsächlich ein Dativ, der eine echte Angabe ist. Also das ist der einzige wirkliche freie Dativ, wenn Sie mich fragen. Und der ist halt dann entsprechend auch nicht bei so einer Valenzänderung, wie Sie das Bekommen passiv darstellt, irgendwie verfügbar. Außerdem müssen Sie eine Sache bedenken. Das ist eigentlich irgendeine Art von Konstruktion. Nun, da Sie nicht nur diesen Dativ brauchen, sondern auch notwendigerweise so eine Art von Phrase, die eben den Inhalt der Bewertung ausdrückt. Das ist ganz oft ein Adjektiv in so einer Zu-Konstruktion oder sowas wie zu viel, zu wenig und so weiter. Das ist auf jeden Fall irgendeine Art von komplexerer Konstruktion. Das ist nicht einfach nur ein Dativ, der dem Verb per Valenz Erweiterung hinzugefügt wird und deswegen kann man den nicht im Dativ-Passiv benutzen. Sie sehen hoffentlich, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt zum Vorgangspassiv, aber zusätzliche Beschränkungen und zwar eine ganze Menge, die beim Dativ-Passiv gelten. Das Schöne daran ist, dass Sie ein Rezept haben, das fast dasselbe ist wie beim Vorgangspassiv. Sie streichen den Nominativ und statt eines möglichen Akkusativs wird hier eben dann der Dativ zum Subjekt und dann können Sie schauen, was kommt da raus, ist das grammatisch? Und dann müssen Sie sich erst Gedanken machen darum, vielleicht warum geht das denn nicht? Und da gibt es dann halt die eine Möglichkeit, wie beim Vorgangspassiv, der Nominativ war nicht agentivisch und dann gibt es die Möglichkeit, dass der Dativ nicht richtig gepasst hat. Das ist jetzt hier der Fall und das ist auch bei Dativen mit Rollen, die nicht so wirklich passen, auch wenn die Valenz gebunden sind, der Fall. Eigentlich ganz einfach, wenn Sie sich zumindest in erster Näherung an das Schema halten, nachdem das Dativ-Passiv gebildet wird. Und das war es schon wieder, schreiben Sie mir Anregungen und Fragen in die Kommentare. Ich freue mich über jede Art von Interaktion und dann bis zum nächsten Mal.